hallo und herzlich willkommen meine lieben ja ich stelle hier gerade ein wenig was fest wir haben 13 uhr 3 am 25.11 wie wir hier sehen wurde der download gestern um 12.26 zur verfügung gestellt wenn ich das aktualisiere sind immer noch keine aktuellen zahlen da bei den helios kliniken sind sie schon da hat aber heute auch relativ lange gedauert ich bin gespannt ich werde in einer halben stunde noch mal rein gucken weil ich euch ja nachher das video zur verfügung stellen möchte mit den entsprechend aktuellen zahlen von heute muss da noch irgendetwas verändert werden dass sie jetzt noch nicht online gekommen sind oder was ist hier bitte der hintergrund dafür ihr könnt ja mal eure meinung dazu eure spekulationen unten in die kommentare reinhauen vielen dank auf jeden fall schon mal fürs zuschauen und menschen weigert euch feinde zu sein